KICKER TV, der Talk mit Marco Hagemann. Das ist nichts Neues, aber es ist natürlich von der wirtschaftlichen Seite was Neues. Es macht, glaube ich, niemand mit dieser Wirtschaftsmacht und wo du dann auch, wo andere Vereine wahrscheinlich gar nicht die Chance haben, irgendwie reinzufunken und sich um den Upa Meccano zu kümmern, auch wenn Ralf Rangnick natürlich sagt, er wollte unbedingt zu uns, weiß ich jetzt nicht. Das ist natürlich einfach auch, jetzt mal völlig neutral und wertfrei gesehen, gut gemacht. Und ich habe die gleiche Philosophie, die Spieler werden so ausgebildet, wie ich mir die Spielphilosophie in Leipzig wünsche und die wissen sofort, was zu tun ist. Und ich glaube, die Anpassungszeit, die die Spieler haben, das habe ich sonst nur, wenn ich eine eigene gute U23 in der dritten Liga meinetwegen habe und lasse die ab und zu ins Bundesliga-Training mit reinschnuppern und irgendwann sind sie dann so weit, dass sie Bundesliga spielen können. Also entweder es geht halt in einem Verein oder in so einem Konstrukt wie zwischen Salzburg und Leipzig.